Hallo Elektronikfreunde, ich habe mal wieder in einer alten Kramkiste hier ein sehr altes Bauteil gefunden, also was nostalgisches mal wieder und zwar ist es hier dieser Controller TMS1000NL3228, der ist von 1983, also 35 Jahre alt und das ist eigentlich ein Türgong, bei dem man 12 Melodien einstellen kann. Vorgestellt wurde das ganze hier in so einem Buch, nannte sich damals Hobbytec, hier in dem Fall das Buch 3 mit Jean Pütz. Dort wurde also diese Schaltung vorgestellt und ich habe also jetzt das IC mal genommen und mal aufgebaut und wollte mal wissen, ob das überhaupt noch funktioniert oder ob es funktioniert generell, weil ich habe diese Schaltung noch nie aufgebaut zuvor und insofern habe ich das jetzt einfach mal hier gemacht. Ich will es mal kurz demonstrieren, also hier wäre sozusagen der Klingeltaster, das wäre also eine Melodie, man kann jetzt hier mit dem Draht umstecken auf eine andere Melodie und so weiter. Es sind also zwölf Melodien dort einprogrammiert. Das Interessante bei dem Bauteil hier ist, das ist einer der ersten Microcontroller, es ist ein 4-Bit-Microcontroller, also komplett mit Rahmen und ROM und so weiter drin und dort hat Texas Instruments dann jetzt diesen Türgong programmiert. In dem Hobbytec-Buch, das werde ich mal kurz aufschlagen, ist das also kurz beschrieben und da kann man es dann nachbauen. Es gab damals einen Bausatz dazu, also hier sind immer die Bauteile von diesem Bausatz gezeigt mit einer Leiterplatte dazu und hier ist im Prinzip die Schaltung. Da kann man eigentlich wenig zu sagen. Es ist zwar im Text hier einiges beschrieben, allerdings habe ich festgestellt, sind da auch Fehler drin, also da sind so ein paar Sachen drin, die eigentlich nicht sein können. Also da heißt es dann, welche Transistoren für was zuständig sind und so weiter. Da sind ein paar, drei, vier Fehler glaube ich drin. Man sieht also jetzt hier den Controller, man sieht hier oben diese Schiebeschalter, wo man die Melodie einstellen kann. Dann hat man hier vorne im vorderen Bereich dann eben die Taste zum Testen bzw. den Klingeltaster. Eine Sache ist vielleicht interessant, wenn die Klingeltaster ausgelöst wird, dann wird der Pin 4 VDD an nach Ground gezogen und dieser R10, der wird auf High gesetzt, sodass der Transistor dann leitend bleibt und zwar so lange, wie die Melodie spielt. Danach wird sozusagen die Spannungsversorgung hier von dem Controller wieder abgezogen bzw. wenn der Transistor offen ist, dann hängt das hier in der Luft sozusagen, sodass der dann nicht arbeiten kann, sonst würde er ja Dauer klingeln. Auf der rechten Seite hier nochmal den da linken Transistor, Verstärker, Schaltung sozusagen. Hier kann man die Verstärkung mit P1 einstellen oder die Lautstärke besser gesagt, nicht die Verstärkung und damit, ja so sieht es im Prinzip aus. An Pin 11 und 12, da kann man sogar mit Monsters Group mal rangehen und messen. Da kommen also die Signale raus, also Rechtecksignale, die dann sich in der Frequenz ändern, sodass dann diese Melodie dort ertönt. In dem Buch kann man auch mal nachlesen, was da für Melodien einprogrammiert wurden. Das sind also hier altdeutsche Lieder irgendwie, auch die deutsche Nationalhymne ist noch mit drauf. Was hier noch mit bei ist, ist hier so ein so ein Layout, so ein Bestückungsplan, denn man musste ja das zusammenbauen, war ja ein Bausatz vorhanden, mit diversen Hinweisen und es gab auch noch mal so ein Hinweis zu gute und schlechte Lötstellen. Und was ist hier noch, sonst ist eigentlich nichts weiter. Hier sieht man noch mal, dann haben die das in so ein Plastik-Plexiglas-Gehäuse hier eingebaut. Hier sieht man noch mal das Bild dazu, Betrieb in Betrieb und dann hier noch mal, wie das nachher aussieht, hier mit den Rauchglas-Scheiben hier. Und ja, ich will noch mal ganz kurz auf diesen TMS zurückkommen, ganz kurz noch. Und zwar werde ich da mal im Netz dieses Datenblatt von dem TMS zeigen. Ich habe also tatsächlich so ein Datenblatt von dem TMS 1000 gefunden im Netz. Ich werde unten noch mal in der Beschreibung den Link dazu setzen, wo das zu finden war. Das Datenblatt ist von Dezember 76. Ja, man sieht hier so die innere Struktur auf dem Deckblatt und natürlich die Hinweise und Informationen, was das für ein Mikrocontroller ist. Also man sieht hier ein Chip Mikrocomputer, es nannte sich das damals, also nicht Mikrocontroller. Und hier bei dem TMS 1000, also es ist ein 4-Bit-Mikrocontroller mit 28 Pins, mit ROM. Wäre also heutzutage Flash, 8K und 256-Bit RAM. Interessant ist hier auf der einen Seite, die muss ich mal ganz kurz aufrufen. Und zwar ist das Seite 37. Da gab es auch zum Entwickeln eines Programms einen Hardware-Evaluator. Das heißt, man konnte dort sein Programm schreiben und gucken, ob das so funktioniert. Also man konnte in diesem Gerät ein Programm für den TMS entwickeln und dann eben schauen, ob das geht. Und dieses Gerät sah eben so aus. Es gab ja zu der Zeit noch keine PCs oder so. Also da hatte man dann hier mit Tastern und Schaltern irgendwas einprogrammiert und konnte dann feststellen, ob jetzt hier an den Ausgängen die entsprechenden Leuchtdioden an- oder ausgingen. Wie auch immer. Also das war schon eine riesen Kiste, wo man hier dann den TMS programmieren konnte. Und wenn das funktionierte, konnte man dann über eine Schnittstelle dort das an den TMS 1000 übertragen. Ich hatte ja kurz erwähnt, dass hier an Pin 10, 11 und 12 man mit dem Osteroskop was messen kann. Und zwar wurde ja der Takt und die Melodie ausgegeben. Ich habe jetzt mal hier das Osteroskop angeschlossen mit den Tastköpfen und ich will mal ganz kurz das abspielen lassen und zeigen, was da an den Anschlüssen rauskommt. Ich habe jetzt hier das Osteroskop an die beiden Pins angeschlossen und wenn ich jetzt hier mal die Taste drücke, dann sieht man, wird eine Art Takt-Signal erzeugt. Hier oben. Und hier unten ist sozusagen jetzt die Melodie. Und wenn ich jetzt mal ein bisschen rein zoome, dann sieht man hier auch schon in dem Bereich, da ist die Frequenz etwas anders als hier. Also erinnert dann die Frequenz, sodass dann diese Melodie ertönt. Ja, das war es auch schon mal wieder. Hier ein kleiner Ausflug ins Jahr 1983 mit dem TMS 1000. Und ja, ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.